Deutschland steht vor einer sich schnell ändernden Wirtschaftswelt. Um diesen Moment als Chance zu verstehen, müssen unsere Kunden die Herausforderungen verstehen. In Deutschland wie im Ausland. Wir von FTI Consulting verfügen über umfassende Erfahrungen. Ich habe große deutsche Unternehmen im Reputationsmanagement und bei der Krisenkommunikation beraten. Ich wurde von Kunden mit der Bemessung von Schadensersatzansprüchen in grenzüberschreitenden Post-M&E-Rechtsstreitigkeiten beauftragt. Und ich habe vor internationalen Schiedsgerichten ausgesagt. Ich habe eine Vielzahl von Unternehmen dabei unterstützt, in schwierigen Situationen neue Finanzierungen zu erhalten. Was unterscheidet uns von anderen? Unser umfassendes Wissen und unsere Fachkompetenz. Unsere Arbeit hilft unseren Kunden in ihren wichtigsten Schlüsselmomenten. Die Restrukturierung von Steinhoff International. Die Einführung von NEOMs branchenprägendem Media Hub. Die Aufspaltung des Daimler-Konzerns in zwei eigenständige Unternehmen. Die Durchführung des IPOs von Inspex am Rand der Covid-Krise. Die Übernahme von Energy durch E.ON. Jeder Bereich bei FDI ist auf seine Weise führend und wird von Branchenexperten geleitet, die etwas bewegen. Von strategischer Kommunikation bis zu forensischen Untersuchungen. Von E-Discovery bis zur Restrukturierung. Vom Gesundheitswesen über die Automobilbranche bis hin zur Technologie. Unsere unterschiedlichen Hintergründe, Perspektiven und Fachkenntnisse machen uns zu vertrauenswürdigen Berater. Wir entwickeln die nächste Experten-Generation und expandieren in jede Branche und in jedem Bereich. Wo auch immer die Herausforderung liegt. In Deutschland, in Europa und weltweit. Vom Umbruch zur Chance. Hohe Reaktionsgeschwindigkeit. Reduzieren Sie Risiken. Und lösen Sie Konflikte. Wir helfen Ihnen, Veränderungen voranzutreiben. Wir. 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 Wir sind Ihre Experten.